95 Tripling? 95 schießen? Wer ist das denn? Junge, bitte Tempo muss stimmen. Bruder, was ist das denn? Ist das R9 oder so? Es ist eine Team of the Year-Icon. Digga, das muss R9 sein. Wir checken ab. 3, 2, 1. Wasserrecht von den UFC 24 ohne FC-Point. Zack, 99. Willkommen zurück zu einer weiteren RTG-Folge, Freunde. Eine Folge noch bis zur 100. Folge. Ich habe auf jeden Fall Bock. Aber auch heute werden extrem viele Packs geballert. Es ist nämlich ein neuer Icon-Pick rausgekommen, in dem man jetzt auch Future-Stars-Icon ziehen kann. Und zum Future-Stars-Icon-Event gab es natürlich auch sehr, sehr viele coole Future-Star-Icons. Deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt, ob wir da heute was Cooles ziehen können. Wir werden aber auch ansonsten extrem viele Packs, wie gesagt, ziehen. Ich habe schon wieder unnormal viel Stuff am Start. Ansonsten gibt es auch noch einen Hero-Pick. Unendlich wiederholbar. Weiß ich jetzt noch nicht, ob ich den abschließen werde. Und eventuell werden wir auch Al-Owairan abschließen. Aber da bin ich mir immer noch nicht ganz sicher. Der 93er Al-Owairan ist nämlich ein bisschen gesunken im Preis, muss man sagen. Der kostet gar nicht mal mehr so viel. Also ist jetzt auch nicht so weit entfernt von meinen Coins. Aber das ganz große Ding ist halt, mit einem Tradable verliert man halt auch einiges an Coins, muss man sagen. Das hier war aus dem Cup. Da musste man ja auch richtig verschiedenen Stuff abschließen. Habe ich aber easy gemacht. Ich habe einfach meine Gegner immer anfangen lassen mit Tore schießen, die durchlaufen lassen. Und dann haben die mir auch gegönnt. Also das war auf jeden Fall sehr, sehr nice. Okay, das war das, glaube ich, gerade gar nicht. Das, wovon ich rede, ist hier der Golazo Cup. Da wusste man ja Weitschüsse und was weiß ich was machen. Da habe ich das gemacht. Unter anderem bekommt man da ein 4x87+. Also mittlerweile haben wir die verrücktesten Packs angespart. Aber die werden wir, ja, also die allerbesten, werden wir in der 100. Folge öffnen natürlich. Aber auch heute werden wir extrem viele Packs öffnen, weil ich komme da aktuell auch gar nicht mehr hinterher. Deswegen bin ich richtig froh, dass da, ja, gerade ein neuer Icon-Pick rausgekommen ist. Und deswegen wäre es halt auch eigentlich nicht schlecht, den 90er Al-Oweiran abzuschließen. Ein paar von euch haben auch geschrieben, so 90er Al-Oweiran SPC auch einfach für die Sammlung wäre doch auch nicht schlecht. Und ich sehe gerade, ich habe schon wieder 58 Packs am Start. Das ist wirklich krass. Also ich weiß gar nicht, wo das ganze Zeug schon wieder herkommt. Kannst du dir nicht ausdenken. Und ja, wir sprechen hier auch wirklich von sehr, sehr stabilen Packs. Und wir werden davon auf jeden Fall heute wieder einen richtigen Großteil öffnen. Die aller, allerbesten Packs, wie gesagt, für Folge 100. Aber ich bin da ganz guter Dinge, dass wir, ja, heute trotzdem aus den anderen Packs auch guten Stuff ziehen werden. Weil, ja, wie gesagt, ich hebe zwar die aller, allerbesten Packs auf für die 100. Folge, aber wir haben hier auch ein paar andere Packs, die noch sehr, sehr stabil sind. Wenn ihr weiterhin Bock habt auf die RTG und Folge 100, lasst an der Stelle einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen und supporten. Und falls du, Schlinge, meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann drück jetzt kostenlos auf Abonnieren. Nach 60% meiner Zuschauer haben meinen Kanal abonniert. Noch nicht abonniert, aber schauen trotzdem meine Videos. Würde mich sehr freuen und supporten, wie gesagt. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in ein Pack-Opening. Und was ist das bitte? Deutschland, ah, Cola. Nice. Wir sehen mal die Animation. Das sieht man ja sonst eigentlich nie. Ich meine, den schon gezogen zu haben. Oder irre ich mich? Ich glaube, ich habe ihn schon in der letzten Folge mal gezogen. So ist es. Nehme ich aber trotzdem sehr gerne mit einem 90er-Rating. So, mit dem Cola schließen wir direkt die teuerste SPC vom neuen Icon-Pick ab. Der ist teuer. Er kostet auch wieder über 300.000 Münzen. Aber ich meine, gut, es sind auch keine Base-Icons mehr drin. Man kann jetzt auch Thunderstruck win... Bruder, also... Freunde, ohne Spaß, bei mir kracht es völlig, was man da mittlerweile ziehen kann. Ich weiß es nicht mal. Team of the Year, Thunderstruck, ähm, ähm, ja, dann noch Future Stars. Auf jeden Fall eine Menge, Freunde. Wir checken das auf jeden Fall gleich ab, wenn ich soweit bin. Wir ziehen jetzt einfach die Packs, die wir am Start haben. So lange, bis wir genug Duplikate haben, um den Pick-Up zu schließen und so weiter und so fort. Und wenn ich dann nach oben gucke auf die Zahl 54, ja, dann würde ich sagen, haben wir heute einiges, einiges zu tun. Wir müssen natürlich auch noch die Weekend League zu Ende spielen. Ich habe außerdem noch eine Evolution fertig gespielt. Ähm, werde ich euch auf jeden Fall auch gleich noch zeigen. Also, es gibt heute mehr als genug zu tun. Ich bin jetzt hier auf jeden Fall, ja, eine ganze Weile beschäftigt. Also, ich habe jetzt halt auch wirklich so viele Packs am Start, weil ich am Samstag den ganzen Tag Fußball geschaut habe mit Julian. Und nebenbei so ein bisschen an der PS5 Remote, ähm, ja, den von Percy freigespielt habe und so fort. Dann habe ich noch Division Rivals durchgeballert. Also, ich habe am Samstag wirklich 24-7 dieses Spiel gefühlt gespielt. Es ist crazy. Deswegen habe ich jetzt auch so viele Packs am Start. Und, ja, ich bin mal gespannt, was bei rauskommt. In Division Rivals bin ich jetzt mittlerweile auch Liga 2. Das bedeutet, da bekomme ich dann am Donnerstag vier 2x86-Plus-Packs an Trade. Das ist sehr, sehr saftig. Da freue ich mich sehr drauf. Und die Packs, die wir jetzt gerade hier ziehen, ja, es sind nicht die allerbesten. Aber deswegen, wir müssen uns jetzt hier erstmal durchackern, würde ich sagen. Ähm, kurzer Blick ins Vorschau-Pack. Ihr wisst, Freunde, das darf man nie vergessen. Auch wenn da fast nie was drin ist, irgendwann kann es immer krachen. Und jetzt sind wir sogar schon bei den 2x83-Plus-Packs. Also, es wird langsam, aber sicher besser. Castells, hätte ich lieber ein Quoteur gehabt. Und heute will ich auf jeden Fall nochmal ein paar, ähm, ja, Heroes und Icons sehen. Außerdem werden wir natürlich heute auch wieder dreimal das, äh, 10x83-Plus-Pack abschließen. Weil ich habe jetzt auch mehr als genug Informs am Start. Und da wir sowieso die ganze Zeit gerade Duplikate ziehen, bietet sich das auf jeden Fall sehr gut an. So, so langsam aber sicher will ich jetzt hier mal wieder ein paar Walkouts sehen. Hat echt eine ganze Weile gedauert. Aber ich glaube, das ist endlich mal wieder eine Lawelle. Kennen wir jetzt alle, alle, äh, aus dem Foot Birthday-Event, würde ich sagen. Da haben wir die Gute wirklich am laufenden Band gezogen. Mit einem 90er-Rating konnte man sich eigentlich nicht beschweren. Nimmt man gerne. Aber, naja, lassen wir es gut sein. Nächstes Doppel 83-Plus hat auch relativ lange geladen. Ja, das ist Wojciech Sternsny, die Legende. Der Band scheint gebrochen. Ich habe nämlich gerade wirklich sehr viele Packs gezogen ohne Walkout. So, so langsam wird es immer besser. Doppel 84-Plus. Also da kann man auf jeden Fall mal ab und zu einen Walkout ziehen. Bei Dänemark lasse ich aber direkt los. Aber im nächsten Portugal, linker Flügel, the one and only Rafael Leao, die alte Club-Legende. Der hat uns ganz am Anfang dieses Jahr absolut gecarried. Deswegen müssen wir den auf jeden Fall tauschen. Der Mann hat für uns fast 600 Spiele gemacht. Ich bin jetzt mittlerweile auch durch mit allen 10x83-Plus-SBCs. Ich hoffe, wir ziehen jetzt auf jeden Fall noch ein paar höher bewertete Walkouts. Weil, ja, der neue Icon-Pick ist sehr teuer. Und ganz so viel Futter habe ich nicht im Verein. Aber wir haben ja in der letzten Folge schon auch ordentlich was gezogen. Deswegen, so schlecht sieht es da jetzt auch nicht aus. Weiter geht es mit einem 11x81-Plus. Und das ist kein Walkout. Das ist nur eine 84. Screen-Ja müsste das sein. Naja. Weiter geht es. Nächstes 11x81-Plus. Ganz hinten sind die ganzen Tauschvorgänge-Packs, die wir letzte Folge gemacht haben. Die will ich mir noch ein bisschen aufsparen. Die ziehe ich dann, wenn neue Player-Picks raus sind. Dann habe ich den ganzen Verein voll mit Karten. Und da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Und mit der guten Sandra können wir jetzt auch reingehen in die nächste Icon-SBC. So, nächste SPC ist am Start. Futter wird immer weniger. Aber dafür haben wir ja auch noch die ganzen Packs am Start. Ein bisschen was haben wir noch vor uns. Aber auch gar nicht mal mehr so viel wie gedacht. Dadurch, dass halt ganz hinten diese ganzen Tauschvorgänge-Packs sind. Übrigens habe ich auch gesehen, sehr viele Leute ziehen aktuell, ja, dieses eine Shop-Pack mit Münzen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich es machen soll. Da sind 85-Plus-Spieler drin. Und zwar 60 Stück. Crazy. Eine Karte 90 oder höher. Und viele Leute ziehen da auch krassen Stuff. Aber es sind halt 650.000 Münzen. Und das Futter ist gerade auch wirklich nicht so viel wert. Deswegen bin ich mir da ehrlich gesagt unsicher. Und werde wahrscheinlich eher die Finger davon lassen. Und die Münzen dann viel lieber für irgendwas anderes ausgeben. Was ist das hier? Kolomuani. Nicht mal Katoto. Weiter geht's. 10 mal 80 plus. Hat lange geladen. Niederlande. Innenverteidiger Van Dijk. Wäre cool. Es ist Delikt. Double Walkout. Wäre cool. Es ist kein Double Walkout. Nächstes 10 mal 80 plus. Delikt ist reingewandert in den nächsten Tauschvorgang. Dieses Mal Kobel. Double Walkouts haben wir heute sehr wenig bis gar keine gesehen. Muss man sagen. Aber ein Inform ist noch am Start. 3 mal 83 plus. Direkt das nächste Pack. Okay. Ich wollte gerade sagen wir ziehen wieder Kobel. Aber es ist nicht mal Kobel. Es ist Jan Sommer. Weiter geht's. 3 mal 84 plus. Das hat wieder länger geladen. Insgesamt finde ich die Pack Ausbeute aber heute nicht berauschend. Alexandra Popp. Weil wie gesagt man zieht zwar ab und zu mal ein Walkout. Aber nie Double Walkouts. 5 mal 83 plus. Okay das ist Donnarumma. Aber auch nur einer. Aber da können ja auch Heroes und Icons dahinter sein. Aber leider nicht bei uns. Und jetzt haben wir hier eine Menge gute Packs am Start. 5 mal 84 plus. 10 mal 83 plus. Die werden wir alle öffnen. Und das ist eine Icon oder? Niederlande Stürmer. Von Persi oder? Junge den zieht Real Talk fast jeder. Ich habe am Samstagabend Division Rivals gezockt. Und fast jeder zweite hatte den First Owner im Team. Also irgendwas stimmt glaube ich nicht mit der Packweight von Robin van Persie. Persi wie auch immer. 91. Es ist eine sehr nice Karte aber. Nehme ich mit. Mit 5 Star Skills. Man kann sich ja den kleineren freispielen. Und jetzt haben wir sogar noch die größere Version. Und der kostet halt einfach nur 130.000 Münzen. Mit 90 Tempo. Mit Techniker Playstyle. Mit Finesse. Also die Karte ist eigentlich sehr sehr nice. Ohne Spaß. Ich finde ihn viel zu günstig. Also ich würde sagen, der Bann ist gebrochen. Und so kann es gerne weitergehen. Nächstes 5x84 plus. Frankreich Innenverteidiger. Okay. Es ist nur Raphael Varane. Ich habe jetzt eher an Renard gedacht. Aber okay. So. Jetzt haben wir hier, ich meine 4. 10x83 plus Packs. Ich bin gespannt was rauskommt. Wir ziehen zum Start. Den guten Mares. Mit dem wir letzte Woche sehr gut Coins gemacht haben. Es ist sogar ein Double Walkout. Trennt Alexander Arnold. Okay. 2,86er. Vielleicht ist da noch eine Golasso Karte dahinter. Nee, aber noch ein In-Form. Und Freunde, ich würde sagen, weiter geht's. Al-Over-Iran. Es ist einfach so, dass dieser 93er Al-Over-Iran sauteuer ist. Und kurz vorm Team of the Season werden wir zu 100% mit dem Verlust machen. Deswegen sage ich euch, wie es ist. Wir gehen erstmal auf die SPC. Falls ich dann auf den 93er ziehe, dann freue ich mich auf jeden Fall sehr darüber. Aber ich glaube, es ist völlig lost, jetzt vorm Team of the Season über 1 Millionen Coins in den Spieler zu stecken. Weil mit den Coins können wir zum TOTS, glaube ich, noch viel, viel krassere Sachen machen. Also Al-Over-Iran, sorry Bruder, du bist der Beste. Aber ich glaube auch die 90er Karte ist sehr, sehr knackig. Ich habe mir dazu auch schon ein paar Reviews angeschaut. Und viele Leute meinten, dass der 90er sehr, sehr gut ist. Und der 93er hat außer Tempo jetzt auch nicht viel mehr bessere Stats, würde ich sagen. Also man kann sich den 90er schon snacken. Und außerdem hat er auch die 5-Star-Skills. Deswegen, ich glaube, ich gehe jetzt auf die SPC. Ich meine, ich habe jetzt auch schon zwei von abgeschlossen. Also, ja, falls ich ihn jetzt noch ziehe, dann beschwere ich mich trotzdem nicht. Das auf keinen Fall. Weiter geht's. Wir werden dann in der 100. Folge natürlich mit den ganz dicken Packs dann trotzdem noch versuchen, den Mann zu ziehen. Wenn wir es schaffen. Ich freue mich. Wenn nicht, freue ich mich auch über die SPC. Und was ist das denn für ein Pack? 10x83+, nicht mal ein Walkout. Nur Acuna. Weiter geht's. Nächstes. Das hat aber länger geladen. Portugal. ZM Bernardo Silva ist schon mal am Start. Double Walkout. Okay, das ist erfreulich. Vielleicht können wir dadurch Irede Paredes. Ähm, ja. Das Icon-Ding jetzt abschließen. Was ist noch dahinter? Nochmal ein Inform. Wir ziehen gerade sehr viele Informs. Das ist nice. Und dann haben wir jetzt hier noch zwei 4x84-Plus-Packs. Die ziehen wir noch. Und wir ziehen wieder einen Inform. Das ist schon mal sehr gut. Deutschland, Stürmer. Okay, es ist ein Double Walkout. Mit Alex Pop. Und hoffentlich eine hochbewertete Inform-Karte noch dahinter. Also muss ja ein Walkout sein, oder? Ist das nicht so? Ja. Romero mal wieder am Start. Den haben wir diese Woche auch sehr häufig gezogen. Und dahinter ist leider gar nichts. Und, äh, ja. Ich würde sagen, es ist soweit. Wir machen den Icon-Pick. Freunde, es ist soweit. Wir schicken das Ding ab. Und haben jetzt die Chance auf sehr, sehr heftige Karten. Ich will was sehen. A la Ronaldinho. Future-Star-Icon. Oder was weiß ich was. Man kann ziehen. Thunderstruck. Winter Wildcard. Team of the Year. Und Future-Star wahrscheinlich. Ja. Ich bin sehr gespannt. Und ich würde sagen, wir machen natürlich ein Stat-Reveal. So, Freunde. Der Pick ist geöffnet. Wir gehen rein ins Stat-Reveal. Spieler Nummer 1. 77 Physis. Ja. Geht so, ne? 44 Defensive. Ja. Weiß ich nicht. Dann hat 95 Dribbling. Das ist krass. Das ist sehr krass. Weiter geht's mit. 81 passen. Okay. 95 schießen? Äh. 98 Abschluss. Wer ist das denn? Junge, bitte. Tempo muss stimmen. Bruder, was ist das denn? Ist das R9 oder so? Wir, Digga. Nein. Wir checken ab. Es ist eine Team of the Year-Icon. Digga, das muss R9 sein. Wir checken ab. 3, 2, 1. Digga, es ist nicht im Ernst R9. Nein, ist das nicht, Freunde. April, April. Es tut mir von Herzen leid. Es tut mir leid, Freunde. Der musste sein. Ich wünsche euch einen schönen 1. April. Cool wäre es gewesen. Und ich werde jetzt absolut Karma kassieren in unserem richtigen Icon-Pick. Aber, ja. Es tut mir leid. Stellt euch einfach vor, ich ziehe ihn jetzt wirklich. Ist das schlecht. Ist das, ist das schlecht. Das ist der schlechteste April-Scherz aller Zeiten. Wir gehen rein. Ich hoffe, ihr habt es aber geglaubt. Man hat nur rechts oben die Coins gesehen und so. Perfekt. Wir gehen rein in den Icon-Pick. Stat-Reveal. Und ab dafür. Jetzt will ich hier was Gutes sehen. Ich bin sehr gespannt. Wir werden so Karma kassieren. Also, ich werde Karma kassieren, dass ich das mit euch gemacht habe. Spieler Nummer 1. Warte mal kurz. Okay. Hier ist er. Es ist schon mal nicht R9. Weil die Stats bei dem Mann sahen eben anders aus. Aber 92 Tripling gefällt mir schon mal sehr gut. 92 klingt schon mal nicht schlecht. Klar, ist jetzt nicht 95, aber 92 ist gut. Dann noch 90 passen. 92 schießen. Ah, das Tempo. Ah, das Tempo ist es mal wieder. Das Deutschkopf auf der 1. Schade. Ging nicht schlecht los mit den Stats. Aber hinten raus war es dann nicht so richtig gut. Dann haben wir jetzt hier einen mit 69 Physis. 93 Tripling. Komm schon. 93 Tripling klingt sehr gut. Ist es vielleicht Mia Hams, so von der Stärke und so? Nee, 93 Tripling. Boah, weiß ich nicht. 90 passen. 92 schießen. Das Tempo. Oh, 90. Boah, was ist das? Das ist eine Team of the Year Icon. Ah, ist wahrscheinlich Zola, oder? Oder Ribarie? Ey, warte mal. Das ist Ribarie, oder? Ey, das ist safe Ribarie. Nein, das ist wirklich Zola. Der hat so gute Stats. Oh Mann, Alter. Oh Mann. Ich dachte, das ist echt... Ich dachte, das ist Ribarie. Also, versteht mich nicht falsch. Zola ist auf jeden Fall nice. Und es ist eine Team of the Year Icon. Aber bei Ribarie hätte ich mich noch ein bisschen mehr gesehen. Spieler Nummer 3. 90 Ausdauer. Ist das wieder was Offensives? Dicker. 94 Tripling. Der muss jetzt gut sein. Also, oh mein... Okay. Das ist... Also, das ist krass. Das ist... Also, das ist safe krass. 95 Übersicht. Ah, der Schuss. Nein, der Schuss. Der Schuss ist es nicht. Der Schuss ist es nicht. 93 Tempo. Das muss trotzdem krass sein. Ich glaube, Garincha Winter Wildcard oder so. Könnte sehr gut sein. Gutra. Oh nein. Das ist ja gar nicht gut. Was war das denn? Okay. Wir wurden absolut Hops genommen. Wir wurden rasiert. Wir wurden absolut rasiert. Weil, ja, ich habe mir die Spieler bei jedem Fall besser vorgestellt, als sie eigentlich waren. Die sind auch alle sehr gut gesunken. Gutra kostet nur noch 300. Zola kostet nur noch 350. Für den entscheide ich mich auch am Ende des Tages. Ein bisschen weit entfernt waren wir vom R9. Aber, ja, ein Versuch war es wert, ne? An sich ist es auf jeden Fall auch kein schlechter Sub. Gerade so für den Sturm. Gefällt mir. Also, ich denke, den werden wir mit Sicherheit auch mal die Tage testen. Auf jeden Fall eine nice Karte. Junge, wirklich diese 94. Warte mal, ist das eine Icon? Hä? Ne. Ist das eine... Digga, was ist mit mir? Ah, diese 94 Tripling haben mich absolut nach Hause geschickt. 94 Tripling. Und dann ist es nur der Butra Winter Wildcard. Das ist bitter. Ich würde sagen, wir haben noch ein 4x84 Plus am Start. Das ziehen wir jetzt noch. Und dann können wir uns auch Richtung Weekend League begeben. Wir ziehen noch einen Luka Botric. Double Walkout. Sehr schön. Und darin ist Ruben Diaz. Sehr schön. Also, das sind nochmal sehr, sehr gute Ratings. Und dahinter ist leider nichts mehr. Und die ganzen dicken Packs spare ich mir auf jeden Fall auf. Für die 100. RTG-Folge wird wahrscheinlich am Donnerstag rauskommen. Und bis dahin habe ich hoffentlich noch ein bisschen mehr Stuff am Start. Und außerdem habe ich noch eine weitere Evolution abgeschlossen. Natürlich the one and only Cristiano Ronaldo. Den konnte ich mir nicht nehmen lassen. Unser First Owner CR7 von einer 86 auf einer 89. Einfach nur aus Nostalgiegründen. Sagen wir es mal so. Weil er für mich, ja, mein Lieblingsspieler ist. Musste ich das einfach machen. Und damit ist es soweit. Wir gehen rein in die Foot Champions Weekend League. Und da stehen wir jetzt auch gar nicht mal so gut, glaube ich. Ich glaube 7 zu 3. Hat ordentlich gekracht. Ja, ich bin mal gespannt, wie das Ding jetzt hier weitergeht. Let's go. Wir gehen rein. Spiel Nummer 1 des heutigen Tages. Drei rote Karten sehe ich da schon. Und Al-Oweyran im Sturm. Ei, 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 ei. Bompass Tor. Mbappé. 1-0. Ja, Felix zum 2-0. Gegner meldet die Pause an. Absolut gerade nur auf das eine Tor gespielt. Von daher ein schnelles, helles nehme ich mit. Weiter geht's. Ob wir heute die 16 packen, steht in den Sternen. Das Team ist krass. Und der spielt mit dem 97er Like-Häuf. Ich habe auch gestern in Rivals Gaming gespielt. Und der ist völlig, wirklich. Also, das ist der Wahnsinn. Und das sieht jetzt hier auch schon wieder gar nicht gut aus. Da ist er. Kräuf. Diese Karte ist wirklich Next Level. Ja, Felix macht es gut. Technical Playstyle besser. Holfe. Macht sie gut. 2-1. Wir führen. George Best. Mbappé. 3-1. Gegner meldet die Pause an. So will ich das sehen. Läuft bis jetzt. Läuft. Und beim Stand von 9-3 klingt das Ergebnis dann auch schon gar nicht mehr so schlecht. Aber das sieht sehr gefährlich aus. Weil dieser Bruno und Mbappé in der Next Level Evo. Ah, das wird schwitzig. Boah, Junge. Ribery. Ey, das ist nochmal der Nachtritt dafür, dass ich eben dachte, ich habe ihn gezogen. Felix. Oh, der sitzt. Da kommt der Lupfer-Playstyle mal zum Einsatz. Nein. Oh, da ist er. Van Persie. Ich habe es euch gesagt. Jeder hat diesen 91er Van Persie. Oh, Best macht es überragend. 2-2. Nein, 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 nein. Das kann nicht sein. Der Gegner macht nichts in dem Spiel. Und wir liegen wieder zurück. Oh, Mann. Die Niederlage tut sehr, sehr weh. War absolut wieder nicht nötig. Und so gut 9-3 geklungen hat, umso schlechter ist ein 9-4 in meinen Ohren, ehrlich gesagt. Und ja, das sieht auch mal wieder nach einem Öl aus. Joao Petro. Ende März noch der Mann am Start. Das ist crazy. Let's go. Felix mit dem 1-0. Der Typ ist wieder so ein Typ. Ich muss unbedingt 90% Ballbesitz haben. Ich liebe es. George Best. Oh. Ja, das war das bodenloseste Tor überhaupt. Aber gut. Kein Kommentar. Wirklich kein Kommentar. Den Sieg nehme ich schnell mit. Weiter geht's. Ich will auf jeden Fall die 14 holen. Wir gehen rein. Okay. Classic. Wir sehen heute 4. Bruno Fernandes, muss ich sagen. Und der ist immer so stark bei den Gegnern. Das sieht gut aus. Komm. Rolf macht das richtig gut. Davis auf Mbappé. Alter. Ohne Spaß. Solche Bälle müssen doch eigentlich direkt rein. Ich check nicht, wie als solche Kopfbälle nicht direkt reingehen. Aber gut. Wir gewinnen das Spiel trotzdem durch den Quit. Nächstes Game. Okay. Wir haben auch George Best in der roten Evo. Für die ihr mich ja so ein bisschen geflamed habt. Oh. Feier ich. Felix. Bruder, Felix ist bei mir heute so schlecht, Alter. Der macht nichts rein. Die 100%igen fliegen alle am Tor vorbei. Was ist denn los mit der Karte auf einmal? Boah. Und dann macht Felix so eine Kiste rein. Ey. Das kannst du dir doch nicht ausdenken. Ja. Und da ist die nächste Kiste. Felix macht es bei mir wieder gut. Der Gegner meldet auch die Pause an. Also jetzt komme ich gerade gegen sehr motivierte Gegner gerade. Was ist das denn? Vier Spiele noch. Wir gehen rein. Gold van Dijk is crazy. Okay. Wildes Team. Das war ein traumhaftiger Reverse Elastico. Boah. Okay. Da hat er mich komplett. Also. Vamos. Ember P macht ihn rein. Nicht mal grün getroffen. Aber geht trotzdem. Boah. Wow. Also nach hinten ist der Gegner nicht so gut. Aber nach vorne ist der krass. Und wahrscheinlich denkt der Gegner sich bei mir gerade genau das gleiche. Ember P. Ja. Macht er gut. Wir führen wieder. Ei. 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 Was ist das für ein Game? Ja. Das sieht gut aus. Ember P. Ganz wichtiger Treffer. Gegen einen sehr guten Gegner. Er drückt die Pause. Und quittet. Nehme ich sehr, sehr gerne an. Damit stehen wir glaube ich 13 zu 4. Also nach der Niederlage wieder ordentlich reingesweatet. Und ja. Jetzt sieht es gar nicht mehr so schlimm aus. Also wenn ich mich nicht täusche. Stehen wir 13 zu 4. Ja. Weiter geht's. Wir haben noch drei Games. Wir können theoretisch noch die 16 holen. Okay. Van Basten. Da werden wohl die Flanken reinkommen. Uh. Wie kommt der durch? Oh mein Gott. Was ist das schon wieder für ein Tor dafür? Junge. Ich hasse es. Ja. Uh. Was ist das schon wieder? Oh mein Gott. Der Gegner tut mir echt leid. Also da kracht es ja hinten und vorne des Grauens. Und der Ball ist drin. Ember P. 3 zu 0. Das sieht doch schon wieder gut aus. Und der Gegner quittet. Warmutz. Damit haben wir jetzt noch zwei Spiele übrig. Also rein theoretisch. Können wir die 16 noch holen? Das sieht aber böse aus. Der klassische Leo Messi First Owner Team of the Year. Ja. Felix 1 zu 0. Sehr schön. Das sieht auch gut aus. 2 zu 0, noch nicht mal 4 Minuten. Na. Al-Overan. Warum er? Mit dem Anschluss. Und wir bekommen einen Elfmeter? Ja. Tatsächlich. George Best macht ihn rein. Boah. Der Gegner ist halt echt sehr, sehr stark. Was der hier für Sachen macht. Nein. Nicht Zirkze, Digga. Wow. Bitte. Ember P. Let's go. Ja. Alex. Alex Morgan. Was. Was ein Game, Junge. 5 zu 3. Ganz, ganz wichtig. Damit gewinnen wir ein sehr, sehr umkämpftes Game am Ende mit 5 zu 3. Boah. Das hat sich gerade eigentlich schon angefühlt wie das Spiel um die 16 Siege. Aber das kommt jetzt erst. Wir stehen 15 zu 4 und haben die Chance endlich mal wieder auf die 16. Ob es klappt, ist eine ganz andere Frage. Oh Mann, Alter. Wir gehen rein ins entscheidende Spiel um die 16 Siege. Gold Alisson. Das ist safe. Das ist ein trojanisches Pferd, wie Eli Geller sagen würde. Also das Mittelfeld und die Abwehr ist nicht krass, aber bestimmt ist er der größte Öler. Also das ist gerade merkwürdig. Ja, okay. Mbappé 1-0. Auch mal direkt finden, Bruder, bitte. Okay, schade. Oh mein Gott. Rolfö. Sie ist die beste ohne Spaß. Die beste SPC in FC 24. Was war das für eine Kiste. Und da sind sie. Nach Ewigkeiten. Es tut so weh, dass ich sagen muss. Aber nach Ewigkeiten endlich mal wieder die 16 Siege. Es ist wirklich bestimmt schon zwei Monate her. Vielleicht auch nur anderthalb oder so. Aber es ist eine Weile her. Und deshalb freue ich mich jetzt wirklich riesig über diese 16 Siege. Endlich mal wiedergepackt. Es ist mir relativ egal, was jetzt hier rauskommt. Ich freue mich viel mehr über die 16 Siege an sich als über die Rewards. Aber das ist schon sehr, sehr cool. Oh Mann, Alter. Es geht doch. Und dafür bekommen wir auch knackige Rewards. Zwei 87 Plus Kampagnen Wundertüten. Ein Tradable 3x85 Plus. Ein Tradable 2x85 Plus. 100 K, 125 K und auf jeden Fall auch saftig Erfahrungspunkte und 85.000 Münzen. Also das klingt vorzüglich, Freunde. Das ist eine 10 von 10. Endlich mal wieder. Vamos. Damit gehen wir rein in die Rewards. Ich bin sehr gespannt, was wir da jetzt rausbekommen. Aus den 16 Siegen. Apfer, zweiter Pick. Ja. EA macht jetzt nicht den. Das ist krass. 4 84er. Und hier haben wir... Oh. Ah, okay. Cola nochmal. Aber dann gehe ich mit Benzema mit der 90, weil ich den anderen schon habe. Aber ist okay. Ist... Ist okay. Klar, diese 84er-Auswahl hätte jetzt nicht sein müssen. Aber passt schon. Und jetzt haben wir hier zwei Wundertüten. Die erste öffnen wir einfach direkt. Und wir gehen rein. Und... Weiß ich nicht. 91er Orban. Boah, Acuna ist auch ein nicer ZM, ne? Aber... Hm. Was mache ich mit den Duplikaten, ist die Frage. Was mache ich mit den Duplikaten gut? Al-Oberan weiter. Es ist sogar noch Mia Hamm rausgekommen gerade. Die ist natürlich auch krass. Und beim nächsten Pick machen wir zusammen einen R3-Pick. Wir schauen alle zusammen weg. Ihr könnt schon mal ein Like da lassen. Und wir checken ab in 3, 2, 1. Pascaro. Zierkze, der uns eben fast den Trümmerbruch beschert hätte. Die Akite und Stanaway mit einer 93. Das ist halt sehr krass. Okay, damit habe ich 93 und 91. Ja gut, da muss ich in die teuerste SPC von Oberan reingehen. Also, ja. Das Ding ist mittlerweile gefallen. Ich habe jetzt schon zwei SPCs. Natürlich, ich hätte am liebsten den 93er gehabt. Aber ich glaube, es ist die vernünftigste Entscheidung, einfach die SPC zu machen, Freunde. Durch die 91 und 93 kann ich hier halt wirklich sehr, sehr entspannt die 89er SPC abschließen. Damit haben wir die teuerste fertig. Und der Rest sollte eigentlich auch entspannt davon gehen. In der 100. Folge werden wir Oberan 93 entweder ziehen oder wir machen halt den 90er fertig. Und sollte ich dann den 93er Oberan doch noch ziehen, dann sehe ich das einfach so an, als hätte ich eine SPC von einem 93er abgeschlossen. Macht das Sinn? Ich glaube nicht. Aber egal. Und damit kommen wir jetzt noch zu den Tradable Rewards. Machen wir jetzt noch ein paar Coins, ist die Frage. Okay, wir haben hier das 2x85+, wir haben hier das 3x85+. Wir ziehen aber erst das 100k und das 125k-Pack. 100k-Pack. Hat ein bisschen länger geladen, könnte Walkout sein. Ist kein Walkout. Wir können direkt skippen. 85er Berardi. Ah, das sehe ich nicht ganz so gerne. Packen wir alles in den Verein. Rest kann auf die Transferliste. Und dann geht es weiter, ganz nach hinten zum 125k-Pack. Da muss jetzt ein Walkout, oder? Hat lange geladen. Hat lange geladen. Joao Cancelo. Der ist irgendwie auch unnormal selten, ne? Den zieht man nie. Aber leider ist er auch der Einzige hier im Pack. Vielleicht ist noch irgendwie ein Hero Tradable oder so. Ne. Aber ein Inform. Das ist doch auch schön. Das ist schön. Nehme ich. Nehme ich. Nehme ich. Nehme ich. Ab 86 packe ich sie nach oben, wollte ich gerade sagen. Gut. Das Ding ging nach hinten los. So. Jetzt aber. Joao Cancelo geht nach oben. Was ist mit Walker passiert, wollte ich gerade sagen. Das sah auf jeden Fall sehr wild aus. Und damit kommen wir zum Doppel 85 und zum dreifachen 85-Plus-Pack. Abfahrt. Wo ist es? Doppel 85. Wir gehen rein. Und das hat lang geladen. Und das bringt uns einen portugiesischen Stürmer, den Goat Cristiano Ronaldo. Und das ist auch die einzige Karte. Ist vielleicht dahinter ein Hero oder so. Leider nicht. Wieder Berradi, Junge. Leider kostet er auch nicht mehr so viel. Dann muss jetzt auf jeden Fall das dreifache 85-Plus-Tradable regeln. Wir gehen rein. Mit der Nase. Was bringen uns die 16 Siege-Rewards am Ende des Tages? Es bringt einen deutschen Stürmer. Alexandra Pop. Und dahinter ist wieder nichts. Ist das krass. Oh Mann, Alter. Vielleicht jetzt? Oh, zwei Informs. Okay, das ist entspannt. Das ist sehr entspannt. Und dann beschwere ich mich nicht. Weil allein die sind halt schon echt gut was wert. Ob man da jetzt einen 89er Berber-Topf zieht oder einen Inform macht. Wahrscheinlich gar nicht mal so einen großen Unterschied. Und Freunde. Die nächste Folge ist die 100. Ich werde unter der Woche auf jeden Fall noch jeden Tag alle Packs mitnehmen. Dann gibt es auf jeden Fall in der 100. Folge ein richtig saftiges Pack-Opening. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Ich hoffe ihr auch. Wenn es euch heute auch wieder gefallen hat, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Checkt hier noch ein aktuelles Video ab. Und dann sehen wir uns morgen. Dann macht es uns dann gut. Haut rein. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.